Stopslein der ich war ich mache es macht zwei der Nächste Wow da jetzt hat er ab aus der Glück Verstärkung verdammt geschehen ich dachte er haut an es war okay dann ich nehme hier mal ein bisschen Sand mit es gut ist als der Zitter und ob das ist ja viel zu führen und dieses scheiß schwer hat die Mock das nicht geht weg okay es reicht es reicht ich kann mit diesem Schwert hier nicht arbeiten das geht nicht das heißt eben auch mal jetzt mal etwas sehr sehr wichtig ist hier hin und jetzt da mal hier kommt bei mir eigentlich ein Koppel ich will kein Holz nein 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 du musst mich da durchbuddeln und sonst es ist es ich bin gerade irgendwo und irgendwo am Arsch der Welt hier der Schöne brauchen wir noch ein bisschen Seide ja doch von Anfang Prozessin betten ja dass das er dafür brauchen als erstes zählt reisen das soll das Wort Maffel Helge Ruhr ein Gruß auch auch ein hießen Eisen Eisen finden überall über Rauhung und Holz wie mein Hobby jetzt kommt Eisen vor mir direkt unter und so Altersheim h das immer noch belagert wird von Slimes und da haben wir auch noch anfangen können ja auch schön das ist ja meine künste der Krupp Eimer noch so ein Bumarang okay jetzt wird man offenbar ein Eisenschwertchen und dann geht's los dann immer ist das ist richtig bescheuert gerade auf die das ist nämlich zwei guten Bumarangs habe ich gefunden die haben beide genau dasselbe beide Plus wird sind denn mit dem Nissen noch weg das musste man haben sicher und ich hab schon 131 Schuriken okay die ist denn nicht so Kappa und Iron nein nicht Geld nein ich will Geld okay ich sterb mal kurz und jetzt da bitte das ist ja wieviel braucht man eigentlich für ein Schwert sieben wir haben nur sechs ist das eine Verarschung würdest du mich verarschen da wollen mich doch alle verarschen oh ich brauche noch einen ich brauche noch einen was nicht Iron ich hab acht Waren wir brauchen nur einen einzigen ja ich sterbe gerade und komme nach Hause wenn ich das mal schaffen würde da liegt eine Goldmünze schön Nose es wird immer besser es wird immer besser keine Sorge keine Sorge sag mal verliert man zwei Drittel an Geld etwa keine Ahnung auf jeden Fall genug oder fast zu viel ja sag mal wo bist du denn es ist dann der Neck und Ratschen das sage ich dir nicht nein die bösen Menschen welche erkenne ich nicht ja nicht ich darf auch nicht es soll jetzt sind da ja ich hab kein Holz mehr das kann man wenigstens mal ich will schon noch mal ein bisschen Holz doch achten und auch den anderen Amboss für das Schwertchen oder Äh, nein. Ja, was für eins? Ein Eisen? Ja. Das ist traurig, traurig, traurig. Epic Fail. Ich hab aber Eisen dabei. Okay, okay. Ganz cool bleiben. Okay. Okay, geht's in eine Kiste aus... Äh, nein. Hast du noch Holz? Ja. Jede Menge. Na, dann ist ja gut. Komm, komm ich jetzt erst mal nach Hause, ins Altersheim. Das noch nicht, äh, deutschland. Das guck ich mir erst mal an, was denn alter Opa-Finn-Style hat. Sozusagen. Ah, stirb Schleim, stirb, 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 freck. Komm, komm, komm. Komm, komm. Ja, ich bin noch da. Komm, komm. So. Bist du in eine Höhle? Na. Wieso steht hier im Ofen? Weil hier im Ofen steht. Und was machst du da? Du guckst da grad irgendwie rum. Das ist ein schöner Hügel, ja. David zu bauen, ja. Ja, das ist ein bisschen abtragen und dann bauen, ja, sicher, ein bisschen erhöht, das ist immer. Ey, das sieht ja wirklich cool aus, was du hier schon gebaut hast. So, hier, guck mal. Weißt du, wie cool ich jetzt bin? Warte mal, warte mal. Eins und zwei, sag. So, was ist das? Jetzt, das soll jetzt sein, das soll nicht sein. Was hast du gemacht? Oh. Ich bin so. Yeah. Guck mal hier, links sehen sie Grabsteine. Die hab ich aus Versehen mal gesetzt. Das wär doch, ah, das ist cool, 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 wenn ich, was ist, wenn ich jetzt? Hm, Iron Broads, Wort, und Iron Shorts, Wort kann nicht bauen. Hm. Komm, das ist zu vergessen. Bitte wieder, nein, das ist falscher. Hm, empty, so, yeah. Trashcan. So, wie für Eisen hast du jetzt noch? Flasche, 8. Das reicht, her damit, spuckst raus, spuckst, spuckst, raus. Du willst ein Sproutswort haben? Spuckst, spuckst raus, spuckst raus, ich bin sicher. Nein, nein, ich hab eine viel bessere Idee. Naja. Doch. Du kennst dich nicht aus, du hast zu wenig Erfahrung. Nein, doch, doch. Schau dich an, bitte. Ich hab genug Erfahrung. Sei ruhig, ja, ja. Ähm, und zwar gehen wir in die Corruption und killen den großen Wurm. Warum willst du immer den großen Wurm killen? Ähm, weil der gibt, äh, Dämonit-Scale und Dämonit-Ohr. Und du denkst wirklich, dass du das schaffst? Ja, klar. Ja, sicher. Das passt für ein Kocker. Prima. Ja, Kocker, wir sind zu zweit. Ja. Und wie wär's, wenn wir so vor... Zwei Pensionisten gegen einen Wurm. Äh, wir bauen, wir bauen eine Hütte und dann haben wir den Demolist und dann haben wir... Äh, Granaten. Oh, ey, du baust so schnell und ich mit meinem fetten Hammer hier. Du wirst mich erschlagen, ich seh's doch. Haar getroffen. Ich kann ja PvP machen, ich wette, ich bin stärker. Wehe, du machst es. Wehe. Dann spielst du immer mit Unfällen, du spielst immer mit Unfällen, du spielst immer mit Unfällen. Warum? Du musst auch PvP aktiv in einem PvP zu haben. Ja, trotz, du spielst immer mit Unfällen. Das ist, ich glaub, dein Verliesst ein bisschen Zeug. Also, ich habe auch... Na, na. Zeitdeutsches. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich schätze mal, so zicke 20 Minuten. Grob, geschätzt. Plus, minus, 10. 25. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Ich hole mir noch ein kleines bisschen Holz. Okay. Haha. Schön. Das die noch bauen. So, das brauche ich. Und tester. Und tester. Das bedeutet, wir sollten mal... Ja, nein, vielleicht doch. Wo ist das? Nein, doch nicht. Das hier. Na doch, doch, schon, doch. Witz in den hier. Nein, bohren Schöner, Steinboden muss sein, Steinboden, dafür muss sein, 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 Stein, sicher. Sicher. Okay. Okay. Wir hab' ich nicht. Was hast du bitte die ganze Zeit gemacht? Du hast sie nichts. Klar, ich hab' ganz viel Eisen geholt, ich hab' Granaten, ich hab' ein Zupas, ich hab' zwei Statuen, ich hab' ganz viel Tränke. Ja, war's schon, danke, wir wissen's. Ich hab' zwei Boomerangs, ich hab' ein Speer, ich hab' Schurikens, drei Vollen Stars. Was hast du gemeint? Ja, schön. Die Welt ist glücklich. Die Welt ist glücklich. Ich weiß, ist er auch. Oh. Wooden, Wooden, Copper. Das ist alles Wooden hier. Bloodsword. Wieso haben wir zwei Ambosse? Ich weiß nicht. Das ist ein Copper Bloodsword. Ja. Ähm, boh, soll ich als erstes ein, äh, Iron Bloodsword bauen oder als erstes die Sormel? Das ist ein Sägewerk für Bett. Ne, das Bett, das hast du vergessen. Zuerst mal Verteidigung. Grundverteidigung, dann brauchen wir kein Bett, weil wir nicht sterben. Ganz einfach. Ja, aber wenn du hier irgendwo in die Höhle gehst, du musst erst von Sporn nach hier rennen. Tja. Deswegen machen wir erstmal Bett. Ja, mach, mach, mach. Ich brauch, ha, ich hab' alles gut. Zack. Hmm. Zack. Ich finde ja... Ich kann sogar ein Fass bauen, also... Das ist so ne Idee. Hier kommt das Loch. Ja. Meint sie für die Dingens? Für rauf und runter. Ja. Stern! Nein! Was braucht man für ein Bett, bin ich doof? Ja. Ich guck mal kurz im Hintergrund bei den Wiki. Ich kann's ja, du ja nicht. Ich könnte schon. Und theoretisch dürfte auch dann keiner sehen, was ich anschaue. Ja. Theoretisch, aber ich weiß es nicht. Theoretisch. Äh, 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 wie hieß das Bett? Wie hieß das Bett? Du brauchst nur dann an, äh, dann hast du es zu lohnen. Lohmding. Ja, ich hab schon. Ja, dann brauchst du noch einen Webstuhl. Ach, so am Zormel, nicht an Webstuhl. Deswegen ging's nicht. Ach so. Ach so. Ich weiß es schon alles da. Ist es schon alles da? Was hast du mir gegeben? Äh, äh, alles Gute zum Geburtstag. So. Oh, doch kein Himmel. Es ist sehr gut für Pensionisten. Immer. Bing. So mehr, mehr. Ja. Davon brauchen wir eh noch mal jetzt später ganz viel. So, dann Holz. Auf die Höhe. Das reicht dann noch. Ich brauch noch Holz. Wie viel hast du? Genug. Kann ich ein bisschen? Ausreichend. Moment, mal gucken. Ich bin grad richtig cool hier. Guck mich mal an. Ups, voll schlecht. Nein. Nein. Guck mich mal an. Sieht bekloppt aus. Tja, deswegen kriegst du jetzt Holz in die Fresse. Spam. Ah ja, wir brauchen ja noch, äh, Dingsda, ne? Ja, ich hab schon. Aber nicht viel. Hm. Ha. Ha. Perfekt. Das fehlt auf jeden Fall. Es darf nicht fehlen. Ah. Ah. Ähm, 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 ähm. So. Na, das muss hier was. Schneller, 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 schneller. Das geht schon. Ähm. Boom, 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 boom. Gut, ich kann jetzt Bonk einsetzen. Kann es rein kommen. So, du darfst jetzt wieder rein kommen. Oh. Schon, dafür kann ich jetzt so draußen sitzen, wenn es geht. Ah. Ja. Wie sieht das sich aus? Aber irgendwie auch nicht. Äh, das braucht man auf jeden Fall noch einen Sessel und so einen Tisch. Ja, das ist so eine Monique. Schöne Einrichtung, äh. Ja, ich richte gerade ein, das spammt mich immer zu. Und dann spammt mich das hier zu. Tisch brauchen wir auf jeden Fall mal mal. Ich hab dich grad zu gespannt, also. Ist nun mal so, als, damit er weißt. Damit ich weiß, was du gemacht hast. Ich bin so. Und wie sieht das asymmetrisch aus hier? Geht nicht besser. Ich mein, sind wir ja Penner hier. Äh, das sind keine Penner, ich brauche, ich brauche, ich brauche Hammer. Hammer. Voll ist der Hammer. Ey, ey, so spawnt doch niemand hier. Geht jetzt Moses wieder weg. Spinst so. Das wolltest du auch schon wegmachen. Du willst es schon den Hammer holen? Du bist so. Das ist, das ist falsch. Das ist, das ist zu dir, völlig falsch gemacht. Nö, das ist doch richtig. Nein, völlig falsch. Nö, das ist doch richtig. So, nein. Nein. Du bist völlig falsch gemacht. So, jetzt ist richtig. Dann kommt dich, 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 du wirst dich, wie es wird. So, es gibt es nicht. Schön. Da kommt ihr hinten noch so. Tiki-Torch. 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 Tiki-Torch.